Es ist Bahn 5, Puente und Bahn 3, Rheinle. Das sind die beiden Favoritinnen in diesem Lauf. Die sollten sich auch über die Plätze 1 und 2 ins Halbfinale laufen. Puente mit einem guten Start. Sind ja Rheinle auf Position 2 und so ist es. Dann kommt aussen, war das Flattich oder Kubelmann? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wer als Dritter ins Ziel gelaufen ist. 7,38, habe ich das richtig gesehen? 7,38 für Leonie Puente. Da hat sie schon mal gezeigt, was sie kann. Das ist nur 0,04 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung.